Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du eine spirituelle Technik, die dir dabei hilft, die wahre Liebe in deinem Leben finden zu können. Und wenn du jetzt denkst, okay, wahre Liebe, spannendes Thema, interessiert mich, Spiritualität, keine Affinität zu, ich bin kein spiritueller Mensch, und dann sei an dieser Stelle gesagt, das ist überhaupt kein Problem, schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn du musst keine Affinität haben zu Spiritualität und kein spiritueller Mensch sein, um genau diese Technik für dich nutzen zu können und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die wahre Liebe in deinem Leben zu finden. Zuallererst höre ich die einen oder anderen sagen, okay, was qualifiziert den Typen mit Bart dazu, über das Thema Liebe zu reden? Und die Antwort ist nichts, überhaupt gar nichts, was, glaube ich, auch unter anderem daran liegt, dass das Thema Liebe so groß, komplex und auch diffus ist, dass wir es so gut wie gar nicht allumfassend thematisieren und behandeln können. Wir können vielleicht das Thema Liebe betrachten aus einer biologischen Perspektive, und dann können wir eventuell sagen, okay, wenn Menschen lieben, verändert sich was an den Neurotransmittern, eventuell ändert sich was am Hormonhaushalt, vielleicht spuckt der Körper mehr Serotonine aus oder whatever. Das ist durchaus machbar und wahrscheinlich durchaus messbar. Wir können vielleicht auch aus einer psychologischen Perspektive auf das Thema Liebe blicken und eventuell sagen, es gibt eine Korrelation zwischen dem als Kind erworbenen Bindungsstil und Bindungstyp und der Qualität und Langfristigkeit einer erfüllten Beziehung im höheren Alter. Könnte man vielleicht auch machen. Man könnte vielleicht auch aus einer evolutionären Perspektive auf das Thema Liebe blicken oder Partnerwahl und könnte vielleicht sagen, okay, jeder Mensch oder die meisten Menschen haben ein intrinsisches, latentes Verlangen, ihre Gene auf bestmögliche Art und Weise mit dem bestmöglichen Partner zu reproduzieren. Und unabhängig davon, dass ich jetzt nicht auf eines dieser Themen eingehen möchte, denn dazu gibt es genügend Literatur, möchte ich dir einen Ratschlag, einen praktischen Tipp, den du benutzen kannst für dich mit an die Hand geben, der genau letzteren Zweck erfüllt, der die Gene, die du hast, aus der Sicht deines potenziellen Partners oder deines Gegenübers definitiv attraktiver erscheinen lassen wird. Zuallererst möchte ich vielleicht noch sagen, ich glaube nicht, dass man wahre Liebe erzeugen kann. Ich glaube nicht, dass wir Liebe generell in unserem Gegenüber erzeugen können. Ich glaube, Liebe ist eher wie eine Art Unfall. Das passiert einfach. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass wir die Unfallwahrscheinlichkeit eventuell ein Stück weit beeinflussen können. Das heißt, ich glaube, dass wir tendenziell, und ich denke, da wirst du mir auch recht geben, langfristig gesehen eher Liebe oder eher dazu neigen, Liebe zu einem Menschen aufzubauen, zu dem eine generelle Anziehung besteht. Da mache ich mir, glaube ich, auch keine Feinde von, auf feministischer Seite oder Ähnliches. Ich denke, da gehen die meisten Menschen erstmal mit d'accord. Wenn eine generelle Anziehung zwischen zwei Menschen unabhängig vom Geschlecht herrscht, ist höchstwahrscheinlich langfristig gesehen die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich da irgendetwas wie Liebe entwickeln wird. Also ist die viel interessantere Frage, was gibt es jetzt für eine spirituelle Technik? Was gibt es für eine Möglichkeit, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir anziehend auf unser Gegenüber wirken? Und da hat sich eine Sache enorm bewährt, die mir in meinem Leben unglaublich geholfen hat und was ein großer Benefit war für mich persönlich mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Spiritualität, was aber auch etlichen meiner Kunden bereits geholfen hat. Und das ist alles rund um das Thema Bedürftigkeit. Wenn eine Sache wenig anziehend oder wenig attraktiv wirkt, dann ist es, wenn du jemanden kennenlernst und der enorm bedürftig wirkt. Ich möchte dir hier ein kurzes Beispiel nennen. Und zwar stell dir vor, du bist, vielleicht schaust du das, vielleicht bist du eine Frau, vielleicht bist du aber auch ein Mann. Stell dir vor, du bist ein Mann und gehst auf eine Frau zu und du möchtest unbedingt einen Partner haben. Du fühlst dich vielleicht einsam, du fühlst dich alleine, du fühlst dich nicht gut und denkst dir, okay, ich habe keinen Bock mehr, jeden Sonntagabend alleine zu Hause zu sitzen. Eventuell guckst du Instagram und Facebook durch und siehst diese ganzen Pärchenbilder und denkst dir, ich möchte auch sowas haben. Und fasst den Entschluss, Menschen aktiv kennenzulernen und anzusprechen. Jetzt geht dieser Mann zu einer Frau hin, mit diesem intrinsischen Verlangen, mit diesem innerlichen Wunsch, spricht diese Frau an und sagt, hey, du siehst richtig gut aus. Oder hey, du bist wunderschön. Diese Frau, Frauen haben, ich möchte nicht generalisieren, aber per se, glaube ich, sehr feine Antennen dafür, aus welcher Intention heraus Sätze kommen, von Männern oder auch von Frauen, in Bezug auf sie. Diese Frau wird merken, dass dieser Satz aus einer Position herauskommt, die ich persönlich immer Giving-to-Get nenne. Man gibt etwas, weil man etwas bekommen will. Geben, um etwas zu bekommen. Und diese Giving-to-Get-Position ist per se nicht sonderlich attraktiv. Denn wenn du agierst, weil du etwas haben möchtest, dann hebst du damit automatisch in der Regel dein Gegenüber auf ein Podest, was dich aus Sicht der Gene, der Reproduktion, wahrscheinlich im selben Augenblick nicht unbedingt attraktiv erscheinen lässt, wenn du dein Gegenüber direkt auf ein illusionäres Podest hebst, indem du direkt ausstrahlst, dass du bedürftig bist und etwas von dieser Person möchtest. Jetzt wird der ein oder andere, der das Ganze hier aufmerksam verfolgt und auch Dinge hinterfragt, sich denken, Patrick, okay, bis zu dem Punkt macht das in gewisser Weise Sinn, aber es wird ja immer gesagt, sei du selbst, sei authentisch, sei ehrlich. Wie passt das zusammen, wenn ich nun mal einen Partner, eine Freundin oder einen Freund an meiner Seite haben möchte? Falls du dir die Frage nicht gestellt hast, vergiss das Ganze. Falls du dir die Frage gestellt hast, gute Frage. Und es geht hier nicht darum, zu faken, irgendwelche Anmachsprüche zu benutzen oder sonst was. Um Gottes Willen, nein. Das Gegenteil ist der Fall. Aber es gibt eine Position, aus der du heraus agieren kannst, wo du eben nicht bedürftig wirkst. Und diese Person nenne ich, diese Position, diese Intention, nenne ich nicht giving to get, sondern giving to give. Du gibst etwas, weil du etwas geben möchtest. Stellen wir uns wiederum ein Szenario vor, wo derselbe Typ da ist und der sitzt manchmal, langweilt sich vielleicht hier und da, aber ist an sich cool mit sich selbst, hat ein Leben, was in Ordnung ist, ist zufrieden mit sich selbst, hat an sich gearbeitet, ist mit sich im Reinen, aber denkt sich, Mensch, ich bin zufrieden, so wie ich bin, warum nicht mein Leben mit irgendjemand anders teilen und geht vielleicht durch die Stadt, sieht eine Frau, die gut aussieht und er ist mit sich selbst cool, denkt sich, Mensch, die Frau ist hübsch, geht zu ihr hin, möchte der Frau vielleicht ein gutes Gefühl geben und sagt, hey, du bist wunderschön. In dem Moment hat sich nicht der Satz geändert, es haben sich nicht die Worte geändert, auch nicht die Satzreihenfolge. Es ist exakt derselbe Satz, der aber aus zwei grundverschiedenen Positionen herauskommt. Und das eine ist, man kann das ein bisschen schlecht faken, aber das eine ist die Position des Bekommen Wollens, des Giving to Get, jemand gibt ein Kompliment, um etwas zu bekommen, Telefonnummer, körperliche Nähe, nicht mehr einsam sein wollen und sagt, hey, du bist wunderschön. Und das andere ist eine Position des Gebens, die aus einer Position herauskommt, wo man selbst cool mit sich selbst ist und nichts braucht, auch nach dem Motto take it or leave it und sagt, hey, du bist wunderschön. Das eine ist für einen selbst, das andere ist für das Gegenüber. Und je nachdem, aus welcher Position heraus du agierst und das wirkt sich jetzt nicht nur, das macht sich nicht nur in einem Kompliment bemerkbar, sondern das ist eine Art Subkommunikation, die auf latente Art und Weise durchgehend durchscheint. Und so Frauen merken das, Männer merken das auch, dass wenn das Gegenüber eigentlich jemand unbedingt braucht und nicht ohne ihn kann und so weiter, das ist spürbar, das macht sich bemerkbar. Und das ist nicht für die Anziehung auf das andere Geschlecht zuträglich, deshalb gilt es, das zu vermeiden. Der aufmerksame Zuschauer wird sich jetzt denken, okay, wir sollen das nicht faken, habe ich verstanden. Giving to Give, dass das attraktiver wird, weil es weniger bedürftig wirkt und somit potenziell interessanter zur Reproduktion ist und erstmal Anziehung aufbaut, denn man stellt sein Gegenüber nicht auf dem Podest, sondern begegnet sich auf Augenhöhe. Macht auch noch Sinn. Die Frage ist jetzt, wenn du jemand bist, der krampfhaft nach einem Partner sucht, nach der wahren Liebe sucht, nach einem Freund oder einer Freundin sucht, wie schaffst du es jetzt, aus dieser Position des Gebens, des Giving to Gives heraus, zu agieren, ohne dass du fakest oder was vorgibst zu sein, was gar nicht da ist. Und jetzt kommt der Punkt und da möchte ich gerne die Brücke schlagen zum Bereich der Spiritualität, denn genau das ist der entscheidende Faktor. Es ist nichts Neues. Du wirst es schon tausendmal gehört haben, vielleicht auch schon von deiner eigenen Oma. Du musst zuerst dich selbst lieben, bevor du wen anders lieben kannst und in der Regel auch, bevor wer anders dich wahrhaftig lieben kann. Das ist immer so ein bisschen wechselseitig. Wichtig ist, dass du zuerst dich selbst liebst. Wenn du beispielsweise regelmäßig meditierst, dann führt das dazu, dass du cool bist mit dir selbst, dass du dich gut fühlst in deinem eigenen Körper, dass du in einem Zustand bist, wo du dich gut fühlst und nichts mehr von außen zwangsläufig brauchst. Du bist nicht die ganze Zeit auf der Suche nach dem nächsten Schokoriegel, dem nächsten Auto, der nächsten Sache, die du kaufen kannst, um dich besser zu fühlen oder der großen Liebe oder körperlicher Nähe oder irgendetwas anderes, was du brauchst, um endlich komplett zu sein oder dich gut zu fühlen, sondern wenn du regelmäßig meditierst, ist eine von den positiven Benefits davon, dass du zufriedener wirst. Du wirst entspannter mit dir selbst und weniger bedürftig. Du brauchst streit weniger Bedürftigkeit aus, logischerweise, weil du zufriedener bist mit dir selbst und nicht mehr abhängig bist, um dich gut zu fühlen, von Quellen des Glücks im Außen, wie den eben genannten. Und genau das ist die Brücke. Die meisten Menschen, ganz viele, die suchen die wahre Liebe oder den Partner, weil sie sich selbst nicht komplett fühlen, weil sie sich selbst nicht gut fühlen, weil sie sich erhoffen, okay, ich sitze alleine zu Hause. Wenn ich erst die Liebe gefunden habe, den richtigen Partner gefunden habe, dann hört dieses Gefühl auf. Aber wenn jemand so denkt, aus was für einer Position heraus kommt alles, was derjenige tut, sagt und macht. Aus einer Position des Verlangens, aus einer Position der Bedürftigkeit, aus einer Position des Wollens und des Brauchens, aber nicht aus einer Position heraus des mit sich cool Seins, des Zufriedenseins, des Gebenswollens und des Liebenwollens als in Form von Gebenwollens. Das heißt konkret, umso mehr du dich mit dir selbst beschäftigst, zum Beispiel über Meditation, und ich habe auch hier mehrere Videos darüber, sieh dich um hier auf dem Kanal, umso cooler du mit dir selbst wirst, umso weniger bedürftig wirkst du auf dein Gegenüber. Und umso weniger setzt du automatisch dein Gegenüber auf ein imaginäres Podest, denn du wirst automatisch nicht mehr etwas brauchen von einer Person, die du noch niemals wirklich kennst. Wenn du irgendwen ansprichst, in der Hoffnung, jemanden als Partner zu gewinnen, dann hast du ja eine Hoffnung, etwas von einem Menschen zu bekommen, den du noch nicht einmal kennst. Das ist an für sich absurd, aber das ist es halt, wie es funktioniert, wenn wir nicht cool sind mit uns selbst und alles, was wir tun, tun aus einer Position der Hoffnung heraus, weil wir etwas bekommen wollen, in dem Fall einen Partner, die große Liebe, die wahre Liebe oder ähnliches. Das Ganze mag für den einen oder anderen jetzt etwas deprimierend klingen. Der eine oder andere wird denken, okay, das klingt nach einem längeren Weg und ganz ehrlich, ich mache hier nicht meinen YouTube-Kanal, weil ich den Quick-Fix anpreisen will, weil ich dir sagen will, hier, mach 1, 2, 3 und dann läuft der Hase in zwei Wochen. Das ist nicht der Punkt. Ich bin hier, weil mein Kanal dafür stehen soll, sich ehrlich an sich zu arbeiten und sich wahrhaftig, aber auch langfristig und nachhaltig zu entwickeln. Denn jeden Partner, jede Beziehung, die du durch schnelle manipulative Inhalte oder ähnliches bekommen solltest, wird auch wieder genauso schnell weg sein. Denn was du dann bekommst, ist kein Partner, der dich liebt und will, so wie du bist, sondern der das will und liebt, was du vorgibst zu sein, aber nicht wirklich bist. Es macht keinen Sinn. Wahre Liebe bekommst du langfristig nur, wenn du an dir arbeitest und cool mit dir selbst bist. Das ist die grundsätzliche Basis, um wahre Liebe, eine Beziehung zu bekommen, die auf wahrer Liebe basiert. Das ist der Schlüsselfaktor und das geht nicht, solange du krampfhaft die wahre Liebe im Außen suchst, sondern du musst bei dir beginnen. Beginne mit der Meditation. Beginne nicht, setz die Messlatte nicht zu hoch. Setz dich täglich hin zu Beginn fünf Minuten, zwei Wochen lang, jeden Tag. Schließe die Augen, hab deine Wirbelsäule gerade und atme. Atme einfach. Versuche, wenn Gedanken in den Kopf schießen und das wird der Fall sein, wenn du beginnst zu meditieren, dich nicht an diesen Gedanken festzuhalten und sie zu Ende zu denken, sondern lass diese Gedanken an dir vorbeiziehen. Werde zum Beobachter deiner Gedanken im Sinne von, ah, da kommt wieder ein Gedanke, ja, und oh, schon wieder ein Gedanke. Zack. Halt dich nicht an den Gedanken fest, beobachte deine Gedanken. Mach das fünf Minuten am Tag über zwei Wochen, steigere die Zeit auf zehn Minuten und du wirst merken, dass das dein Leben verändern wird auf ganz vielen Ebenen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dadurch dich besser fühlst und die logische Folge davon, dass die Wahrscheinlichkeit gleichzeitig steigt, dass du jemanden findest, der wirklich dich will und dass du mehr Anziehung aufbaust beim anderen Geschlecht, weil du weniger bedürftig wirkst. Das sind alles positive Benefits. Warum habe ich dieses Video jetzt so genannt? Das kann ich dir sagen. Der Punkt ist folgender. Diejenigen, die wirklich langfristig meditieren, die werden diese positiven Benefits kennen. Und wenn ich hier jetzt irgendwas anpreisen sollte, von wegen Mindfulness Meditation, Zen Meditation oder Transzendentaler Meditation, dann würden diejenigen vielleicht draufklicken, die sowieso schon die ganze Zeit sich damit auseinandersetzen. Aber die spreche ich ja in diesem Moment nicht an. Ich möchte diejenigen ansprechen, die unbedingt und extrem krass die wahre Liebe wollen, den richtigen Partner in ihrem Leben und nicht mehr wissen, wie sie es hinbekommen sollen. Hätte ich dieses Video genannt, Meditier jeden Tag, hättest du wahrscheinlich gar nicht auf das Video geklickt. Aber weil ich möchte, dass du weißt, dass diese Form der Arbeit an einem selbst eben genau diese Früchte trägst, nach denen du Ausschau hältst, muss ich dieses Video benennen nach den Früchten, die du suchst und nicht nach der Art und Weise, was du dafür tun musst. Deshalb heißt dieses Video, wie du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, die wahre Liebe zu finden und nicht meditiert täglich, denn das ist gut oder ähnliches. Nichtsdestotrotz ist das hier kein Clickbait oder ähnliches. Im Gegenteil. Ich glaube, man muss die Menschen da abholen, wo sie stehen. Und wenn du unbedingt die wahre Liebe suchst und unbedingt die wahre Liebe in deinem Leben haben wolltest, dann wird das eine der Sachen sein, die dir langfristig und nachhaltig den größten Effekt dafür bringen wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, tu mir einen Gefallen, klick auf die Glocke unter diesem Video. Dadurch werden dir meine Videos angezeigt, sobald sie veröffentlicht werden und du wirst nichts mehr verpassen. Lass gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios.